Schönen wir mal Karnisch. Warte mal, ich bruch's auch draus. Ja, schütteln wir. Wow! Ey, einfach schwarz! Kannst du doch kurz mal halten? Na gut, wenn du möchtest. Kannst du mal kurz herkommen? Ja, gehen wir selber. Das klappt aber nicht so. Ja, das soll ich heute machen. Aber das heißt, wann? Aber egal. Kannst du mal kurz herkommen? Ja. Kannst du kurz was verhalten? Ich will das Auto drauf haben. 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 Was? Kannst du nehmen? Ja, für mich ist der Leitung. Ich will das Auto drauf haben. 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 Okay. Wir kriegen das Auto draufС Before Look. Bring das Auto drauf... ... und ordnern. Ich will das Auto drauf haben. Okay. Okay, muss da nichts. Schild auf dem Stück gemacht. Tipp von Dirk dran, Sam. Das sieht man auch da von Dirk, das ist einer meiner Lieblings-Autos. Neidrider. Bekannt euch Neidrider. Und V8, cool. Das ist ja für mich ein cooles Oldtimer, was mir gefällt. Neidrider Look sogar, wird noch cooler.